Wir haben uns hier von Berni reisen, weil man sich da von hier aus verliebt. Und neben der Bahnhof, wir sind auch wieder mit dem Feuer von der Expressen Einsatz. Und so langsam flüssig der Buschsteig. Und teilweise werden auch die Fahrradwehe probiert. Wow, 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 wow. Fixbus, cool, fixbus. Und hier kann man ja reingehen und hier auf 055. Für Fläche zugehen oder eben mit dem Kaffeesuch holen. Irgendwie muss man da hinten reingehen, obwohl eigentlich kann man hier auch mal so reingehen. Rein, eben, halten können. Ich muss um den Völkern hier etwas losgehen. Und dann kommt direkt was los. Und hier kann man sich auf den Dicke ziehen jetzt für die VG, ich weiß nicht, die Jagd. Der ist ja gut gemacht, ja. Und da ist ja gut, dass ich einfach mal so reingehen. Und da war. Und da war.